Marvin Hey Major Ich bin weg Ich bin weg ... ... Hast du das gerade gesehen ? Ich wurde gerade gehackt Ich wurde gehackt Ja Jetzt geht's los, Alter. Ja, dann wollen wir mal weiter machen hier. Ding Dong. Schön, dass ihr wieder einstellt. Heute wieder legendäre Action. Wir sind mal wieder auf den Negas Game Server unterwegs. Wo es heißt Hot oder Schrott, Sumo in euer Gesicht. Heute gemeinsam mit Deko einen wunderschönen Wuff. Ja. Hasta la bon. Hallo, Muchachos. Demnisschen, sie seien euch poliert. Und ihr seid mega herzlich willkommen auf dem mega geilen Negaserver. Auf geht's. Welches Team bist du, Rui? Welches Team? Ich bin Green. Oh, ich bin Road. Green Berlin. Wie die Liebe. By the way, Muchachos, wenn es ihr auch Bock habt auf sowas. Haben wir, steht, steht drinne in der Beschreibung. Natürlich steht das drin in der Beschreibung, wie wir da hinkommen. Natürlich. Also habt Spaß mit der ganzen Familie. Ladet eure Omi ein. Zockt mit der jetzt gemeinsam. Außerdem kommt ihr hier gerade, dass ihr einfach am allerschnellsten rausfliegt. Nein, wir sind draußen. Wir sind jetzt draußen. Ich labere einfach gerade so rum, so hier, wie man draufkommt. Und ich war eingeklemmt zwischen so einem gelben LKW und einem gelben Jeep. Oh, oh, ich werde verfolgt. Und dann war ich einfach raus. Ich weiß, was ich sagen wollte, ist, hier ist mega viel los. Zumindest zur Feierabendszeit. Also zur deutschen Feierabendszeit. Also, falls ihr Bock habt, ihr für die Leute, mit denen ihr zocken könnt. Okay, Marvin, ähm, wurde rausgepusht. Ja, aber auch nur, weil ich gesehen habe, wo ist Deko? Ah, mein Bro, er ist schon weg. Okay, dann will ich auch nicht weitermachen. Nur deswegen. Ja, okay, kann ich verstehen. Ja. Das Finale, blau gegen grün. Team Green, Team Green. Digga, einfach meine Jungs, Alter, meine Jungs. Ich habe meine Energie abgetreten. Den Kidama-mäßig. Hör, hör, hör. Deko, einfach Handicap gewesen. Okay, wir spielen jetzt gemeinsam, ja? Also, was ich sagen wollte, ihr habt eine Anleitung bekommen, wie ihr beschissen spielt und trotzdem gewinnt. Nice. Das ist der Deko-Style. Das ist der Weg der Möwe. Digga, so schöne Krokett. Spielen, trotzdem gewinnen. Boah. Der kann am Anfang runterfallen. So einen richtigen Oldtimer, ey. Ja, ich auch. Ich muss den Insta austauschen. Auf den habe ich gar keinen Bock. Oh, fuck. Oh, jetzt fang auf. Was hast du, was hast du? Ich habe so einen dicken Jeep mit so einem G oben drauf. Digga, ich habe den Champion. Der Name passt doch bei mir. Der Name ist Programm. Tschüss. Ihm glänzt. Und gucken Sie unten links. Astoroi. Astori, meine ich. Astori, ciao. Nein. Ey. Ey. Guck mal unten links. Bist du schon wieder da? Jan, wie schon wieder? Ey. Der Habe hat sich gerade auch schon ausgebotert. Die spielen da unten so heftig zusammen. Das sind solche Gangbang-Lover. Ich bin Gangbang-Lover. Hier wird Gangbang-Lover. Ja, komm. Digga, nächste Runde bin ich weg. Nein, ich bin raus. Oh. Ich dachte, es wäre nur ein Gelber oben, den wir gerade in die Zange nehmen. Da kommt einer von... Er ist einfach unter mich gefahren. Ey, ich hatte so eine geile Karre, Alter. Dieser Jeep, den ich hatte, der war so strong, ey. Na ja, ich habe diesen, aber ich habe zwei Leute rausgehauen. Ich hätte gerne noch mehr rausgehauen. Aber der Typ, der von hinten kam, den habe ich echt nicht gesehen. Digga, was ist hier gerade los, Mann? Das Dekor besser ist in Sumo. Was ist da los? Ey, ich war gerade auch schon besser in Sumo als du. Geil. Kein bisschen. Hä, hast du einen rausgeschmissen? Letzte Runde hast du nicht. Ich war fürs Team da. Aha, also bist du auch einfach nur gestorben. Aha, und wer am Ende gewonnen mit seinem Team, ich glaube, das war ich. Also bin ich nachweisbar in beiden Rücken besser gewesen als du. Dafür sehe ich besser aus. Die letzten Sekunden sind auf der Uhr. Dekos Team kann mal wieder gewinnen. Mein Team ist mal wieder draußen. Mein Team ist einfach richtig OP. Aber ich wünsche mir das Soundwave hier. Willst du hoch oder was? Ja. Deswegen, mein Team ist einfach schlecht. Ekel und deine Arschfliege, Alter. Los, fall runter, du Lappen. Okay, muchachos. Sudden Death gewinnt. Und Team Grün entscheidet das Match für sich. Einfach die stärksten, krassesten Typen. Weil, wie soll ich sagen? Weil ich dabei war. Ihm glänzt. Oh, Dekos sind wieder ein Team. Mit einem neuen Team, Alter. Krass. Kannst du das, dass das erste Mal ist? Ich glaube schon. Oh, Dekos. Ich muss euch jetzt schon mal sagen, ich bin zwar einfach eine krasse Möwe, aber den Skill-Unterschied jetzt mit Marvin kann ich leider auch nicht ausgleichen. Ich glaube, ich behalte meine Karri. Ich finde die richtig geil. Wobei, ich habe King. Wir haben einen Thickness im Team. Ist der gut hier? Den ich habe? Oh nein. Der ist richtig scheiße. Ich muss abhauen, Dekos. Ich muss abhauen. Ich muss sowas von abhauen, Brudi. Oh. Aber ich muss auch gerade ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht irgendwo reinfahre. Nein. Oh. Mö. Ey. Ich bin weg. Ich bin weg. Marvin ist schon wieder raus. Ich sag's ja. Der Skill-Unterschied ist einfach zu krass. Ich habe so ein Pech, Alter. Das Game ist so scheiße. Oh. Oh. Ich habe mir richtig mein Knie weh getan, ey. Du wolltest mich nicht verwandeln. Das Ding ist... Hey, du lebst noch? Ja, ich lebe noch. Wie, du lebst noch? Wie hast du das denn hinbekommen? Lol. Hä? Was war das, Alter? Lol. Ja, ich bin noch safe hier. Hä? Wie geht das denn? Wie geht das denn? Kennst du keine Tunes aus GTA? Was ist das denn? Da kannst du richtig entspannen. Schwängel, schwängel. Digga, richtiger Noob-Spot ist das, ey. Ich habe richtig Schiss, wenn ich hier hochkomme, dass ich einfach rüberspringe, ey. Das kriegst du doch wohl hin, oder? Du hast jahrelang Parcours geübt. Komm, diesen blauen Typen ballerst du weg. Oh, okay. Vielleicht solltest du doch nicht dahin gehen. Digga, da steht oben einfach so... Los, hau den weg. Wenn du Eier hast, haust du den weg. Los. Wenn du Eier hast, hau den weg. Los. Ah, okay. Das war mir klar. Digga, misch doch da oben mal mit. Willst du jetzt die ganze Zeit hier einfach in der Tube bleiben, oder was? Digga, haut einfach ab, ey. Haut einfach ab. Digga, ich gehe einfach dahin, wo es was zu holen gibt, ey. Du weißt schon, dass du auch boosten kannst, ne? Wollte ich dir nochmal sagen. Oh. Das ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich wollte. Ähm, ja, ich glaube, da kommt einer. Solltest du jetzt schon zurückfahren. Oh fuck, oh fuck. Bitte sag mir, dass ich drauf... Nein! Nein! Diese scheiß Golf-Caddy! Digga, das war so schlecht, ey. Das war so schlecht. Digga, sagt er mir, der nicht mal drei Sekunden überlebt hat, alter. Ey, ich hatte richtig fecht, ey. Dieser Hoden-Kobold, alter. Laut er mich zu. Okay, vier gegen eins jetzt, ne? Außerdem wäre ich fast in den Verwandlungspunkt reingesprungen. Ich wäre schon nicht dafür, dass der scheiß Golf-Caddy so komisch abprallt. Aber wir haben vier gegen eins, ja. Meinst du, der schafft das? Ja, ne? Sieht gut aus, eh. Der schafft das easy, easy, ähm. Schuss! Ja, hast du aber, Muchachos? Ich hab's anbekündig, den Skill-Unterschied einfach den Marvin reinbringt, das kann man nicht ausgleichen. Okay, dann gibt's jetzt den Klassiker-Deko. Ich fahr jetzt mal auf zwei Prozent hoch, ja? Ja! Oh ja. Los! Das geworkt! Oh, lol. Haben wir? Haben wir! Also, ob er jetzt auch stirbt, weiß ich nicht. Ey, er hat überlebt. Hol ihn dir, ja los! Wo bist du denn? Wo bist du? Ey, was willst du? Ich bin hinterhergefahren, aber bin... Achso, okay, ich fahr jetzt auch hinterher. Ein Kollege von uns hat ihn rausgekickt. Ich fahr... Digga, wo bist du denn? Jetzt bin ich wieder oben. Achso, ich komm auch nach oben. Mitte, Mitte oben. Hier ist der Schäfter. Pass auf, da kommt ein Abschleppfahrer. Oh nein, wo ist das gar nicht? Ja, ey. Nein. Ey, Marvin. Ich hau jetzt mal ab, ja? Das ist ein roter Freund, lass mir in Ruhe, roter Freund. Ja, dankeschön. Hätt ich nicht gedacht. Bei den Muchachos hätten die mich umgekickt. Ich komm wieder nach oben, ja? Oh, zum Glück hat er überlebt, ey. Oh, oh. Okay, ich bin raus. Nein, Digga. Wer war das? Wer war das? Only Stunts war das. Okay, den hol ich mir. Oh, fuck. Der ist selber auch rausgefallen. So, weg mit dir, du Lappen. Ja, gut Job. Pass auf. Da kommt noch einer, noch ein gelber. Oh, oh, oh. Aber du schaffst das. Ja. Du schaffst das, Marvin. Hol dir Havel. Ja, ich brauch meinen guten Freund. Havel muss dein Fokus sein. Oh, hä, wo ist er? Lol. Hinter dir das Havel. Hinter dir das Havel. Ja, ich seh. Okay, ich nehme erst mal was anderes. Und da ist Soundwave. Mein Endgegner. Nein, was ist das hier? Ja, gute Entscheidung, Marvin. Gute Entscheidung. Oh, der Edda, Alter. Jetzt geht's ab. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba die ganzen Nacht. Harve ist, by the way, immer noch hier oben. Ja, ich seh's. Ah ja, komm. Digga, der kann mich nicht immer wegballern. Ja, ja, jetzt. Komm, du hast ne Stärke. Hä? Ist er weg? Nein. Nee, dein Arsch gehört mir, ey. Digga, der kann doch nicht immer gewinnen. Nein. Nicht mehr da weg. Ciao. Oh, GeForce wollte hier. Hier, guck dir das an. Der ist hinter mir. Mach ein bisschen drehen, wenden, so. Ja. Ja. Ich bin sowas von weg. Digga, da kommt noch einer. Nein, mein Auto ist kaputt. Alter. Fuck, ich muss wechseln. Und ich muss reparieren. Ja, wo ist reparieren? Ähm, wird gerade eingesammelt von Harve. Nein. Hättest du mal rausgehauen. Digga, der Soundwave hat so einen dicken, komischen, weiß nicht, Gefängnistransporter oder so. Digga, lass mich doch schnell dahin. Ey. Oh, oh. Yes, wir haben gewonnen. Ja, wir haben gewonnen. Digga, weil ich die alle aufgehalten habe, Digga. Ich bin der. Die Harve verkackt hat er. Wegen mir, Alter. Dankeschön. Danken wir später. Alter. Alter. Alter, Hilfe. Oh, das ist so eine Harve, Marvin. Das war Harve. Nein. Ich brauche eine neue Karre, Digga. Kau ab. Der Redloader, der Shitloader ist doch nicht so geil. Ja. Habe ich mir denken können? Oh, ja. Oh, der Komet. Oh. Das gefällt mir. Komm, hier rüber, 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 rüber. Yeah. Nein, ich auch. Ich auch. Nein. Digga, es ist aber auch, es ist einfach manchmal ein bisschen random, die Physik. Hä, Lynch? Lynch ist da. Ja, ist kalt. Digga. Los. Nein. Ey. Digga, du kriegst einfach Harve nicht zu fassen, ne? Aber Harve ist jetzt raus. Ey, sag doch einfach, dass von der Seite Lynch kommt, Alter. Das ist so für ein Fing. Ey, ich kann doch, ich kann auch den Muchacho hier nicht verraten. Los. Nur, ey. Alles andere habe ich gekauft, aber Lynch kann ich nicht einfach hier ans Messer liefern. Digga, fünf Leute leben noch. Wenn wir das jetzt verkacken, ne? Lol. Hä? Weil ich ist da rausgeflogen. Und mir ist es auch da rüber geflogen. Also eigentlich easy win, würde ich sagen, für unser Team. Eigentlich. Es passieren... Und gegen so einen habe ich verloren, ey. Ich wollte gerade sagen, es passieren, Wunder. Und dann fliegt er einfach raus, ey. Endlich mal keine Teams, Deko. Alle gegen alle. Wir können aber versuchen, gemeinsam zu arbeiten, ja? Oh, fuck, ey, Alter. Alle gegen alle schon... Alle gegen alle. Vor allem so viel weiter. 36 Leute sind hier drauf. Ey, ich switche mal ganz schnell. Und hoffe, dass ich... Nein, Digga, ich habe den Pinocchio, Alter. Digga, ich habe den Pinocchio, einfach. Was ist denn der Pinocchio? Pinchio heißt der, aber ich nehme ihn einfach den Pinocchio. Ich bin doch jetzt schon draußen, ey. Ich hau einfach ab. Ich habe den Buffalo. Nein, nein. Straight from America. Ich habe einen rausgehauen. Ich bin auch raus. Ey, du musst... Warum immer von der Seite dann, Alter? Ich hau einen raus und dann... Fick. Okay, wenigstens habe ich vorher einen rausgehauen. Du bist einfach nur so rausgehauen. Digga, ich habe den Pinocchio. Die letzten drei. Bird, Soundwave... Und Sudden Death. Und Jobby. Oh. Alter, das war... Was? Hä? Wie ist der nicht rausgeflogen? Wie? Ich habe mich auch gerade gefragt. Ich habe kurz nicht mehr hingeschaut. Für den Sudden Death-Modus. Gibt die Tür überhaupt? Der Gibi, er zieht ab. Wo müssen die überhaupt hin? In der Mitte. Ah, da, okay. Die anderen beiden geben bis jetzt noch einen Fick. Digga, der Gibi, er wird es einfach, ne? Nee, die sind jetzt auch da. Oh, aber ja, es könnte sein. Gar keiner? No. No. Oh. Keils Bowlingkugel voller Seid. Hat er ein Glück, ja, ey. Ey, was für ein Lacker, ne? Nicht rausgeflogen in der Institution vorher da und dann wird er einfach gerettet von der Bowlingkugel. Okay, ich habe jetzt einen Fister. Ich glaube, da muss ich jetzt andere Leute ordentlich wegfisten. Deswegen bleibe ich hier erstmal on Spot. Ich habe den Jester. Versuche ich jetzt mal ein bisschen sneaky, ein bisschen bitchy zu spielen. Einfach so dreckige Kriegskunst. Komm, Deko, dreckige Kriegskunst. Das ist doch unser Ding, oder? Dreckige Kriegskunst. Auf geht's. Ja, und natürlich Cabrio, Leute. Oh, fuck. Deko, ne? Hier, Cabrio. Oh, ho, ho. Deko, nein, 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 nein. Deko. Ey. Ey. Okay, ich mache mal wieder ein bisschen Action, ne? Ey, Junge, ich bin gegen den Bus gefahren mit Schrittgeschwindigkeit und pralle so hart ab, dass ich ins Wasser falle. Aber ich bin einfach, ne, ich fahre gerade aus, ich fahre in so einen scheiß Linienbus rein, Alter. Oh, oh. Digga, CD. Lass mich ja in Ruhe. Okay, jetzt geben wir mal ein bisschen Vollgas, ne? Skrrr. Digga, du musst überleben. Soll ich den Linienbus wegballern? Komm. Ich versuche, den Linienbus wegzuballern. Okay, Linienbus. Let's go. Nein! Ich kann nichts machen gegen den, Alter. Nein! Nein! Wie, ich kann nichts machen, Alter? Wer bin ich, Alter? Ich grab ihn weg, den Lappen. Du läufst weg. Oh, oh. Ich hab nur ne Chance, glaub ich. Nein, nein, lass mich ja in Ruhe da hinten. Äh, wenn ich hier diesen, diesen Minenball noch mitnehme, als Freund. Weil, ey, ich bin so schnell, ich versuche jetzt einmal rumzufahren und den wegzuballern, Digga. Schau dir das an. Dreckige Kriegskunst jetzt. Oh, yeah. Boom! Hier, guck mal, da was, was da kommt. Guck mal, was da kommt. Ey, ey. Nicht mal so. Okay, aber die Idee war so an sich gar nicht so schlecht. Ja, wieder healen. Ach, Leute leben noch. Meinst du, ich soll mich mal hier verwandeln? Komm, Risiko. Du bist gerade mit Fullspeed gegen ihn gefahren, ne? Ja. Einfach stehen geblieben. Ich bin mit 10 kmh gegen ihn gefahren und abgeprallt ins Wasser geflogen. Marvin hat sich selber rausgenommen. Digga. Hast du das gerade gesehen? Ich wurde gerade gehackt. Ich wurde gehackt. Geschichten im Paulaner Garten. Komm, wir einfach warten. Komm, das nächste Mal nehmen wir uns auch so einen Linienbus und dann chillen wir. Ja. Und ich kann dir jetzt schon sagen, wenn wir das machen, dann kommt so ein Rasenmäher, kickt uns weg. Ist wirklich so. Also zumindest bei mir. Wobei, bei dir vielleicht auch, wenn du Brille trägst. Digga, schau dir das an. Wir können nichts machen. Ja. Ciao, Lynch. Hä, da fehlt nur noch einer. Wo ist denn der letzte? Kommt der gleich aus dem Nichts? Ah, Bird. Was hat denn der? Der hat so einen Blazer, Alter. Lol. Kommt der rein? Lol. Oh, oh. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Du bist ein Blazer, Alter. Digga, aber auch schon wieder, ne? Genau in der Sekunde kommt die scheiß Bowlingkugel an. Ey, ich hab jetzt einen Felser, Alter. Ich hab mein erstes Auto in GTA. Lass uns wieder, lass uns kurz suchen. Wo bist du? Wo bist du? Warte mal. Ich bin hinten auf so einer Plattform. Ich bleib hier auch. Okay, ich bleib hier auch. Scheiße, hier ist auch ein Typ. Schenkst es hier. Ich hab jetzt eisgehaltenen Carbonizare, ne? Das ist die erste Karre, die ich in GTA hatte. Das muss gut laufen. Ja, hier am Spawn bei mir sind einfach vier Leute, Afka. Ey, nein. Nein, nein. Ich muss abhauen, ich muss abhauen. Die wollen mich ficken. Ich hab einen rausgehauen, der Afka. Oh, ich bin einem scheiß fucking Zementmischer ausgewichen, ey. Digga, wo bist du? Ich will dich retten. Ich bin mir immer hinten bei meinem Spawn ungefähr immer rum. Draus? Ja. Ich hab auch einen rausgehauen. Digga, ich hab einen weggekickt. Und dabei bin ich selber rausgeflogen, ne? Ey, wen willst du verarschen, Mann? Wen willst du einen vielleicht nicht verarschen, Mann? Und was ist das für ein scheiß Spielmodus? Wechsel das Fahrzeug, du... Warte, das kann doch nicht sein. Ich hatte einen Carbonizare und einen Fälzer. Nein! Warum? Ey, das ist so unlogisch. Ich hab's bei dir auch gerade gesehen. Er stand einfach nur. Ich fahre gegen ihn und pralle härter zurück als er, Alter. Weiter geht's, Muchachos. Oh, Alter. Wow, es geht sofort in den Sinn los, Alter. Was ist hier los? Also, man kann sagen, hot oder schrott, Sumo richtig hart verkackt. Was wir so einigermaßen können, ist Colour Dash, oder? Also, verkacken in Colour Dash, das kann ich auf jeden Fall, ja? Da gehe ich mit dir. Oh, nice! Schön. Erkenn dich gar nicht. Ich hab irgend so ein extra eingesammelt. Ich weiß aber nicht, ob es ein Speed ist oder ein Teleport, oder... Guck mal, er hat sich aufgeregt. Nice. Lol, er ist fast zwei mal runtergefallen, dieser Taylor. T-T-T-T-T-T-Taylor. Lol. Fliegen! Alla, fliegen! Sie fliegen! Oh, fuck, geht, 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 geht. Uh! Ich bin raus! Oh, es wird... Top 3! Eigentlich hätte ich einen rausgeschmissen, aber ich hab sogar einen rausgeschmissen. Dieser scheiß Hypno kam von der Seite, ey. Dreckiges scheiß Pokero. Okay, gib mir Bescheid! Ja. Blau. Pass auf, Hypno ist an deinem... Okay, du bist erstmal safe. Eins gegen eins. Aber du musst Hypno wegmachen. Hm, 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 hm. Hallo? Der Schlongbert hat mich rasiert. Oh, ja? Oh ja. Von der Seite. Ich konnte nicht mal meinen Boost zünden. Ja. Marvin. Marvin! Ich hab verkackt! Oh, fuck. Ich muss, äh, Tür. Digga, du hast keine Zeit, dahin zu gehen. Ich muss, ich muss Tür. Digga, dieser Red Reaper, wie er sich noch freut. Seinen Arsch hole ich mir, ey. Ich versuch, Deko zu retten. Das ist mein Plan jetzt. Oh mein Gott, hab ich ihn? Okay, nee. Aber ich wollte ihn zumindest retten. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's fast geschafft. Oh, happy day. Oh, happy day. Okay, kriegen wir auch hin. Alles Chilo. Alles Vanillo. Alles easy. Aber diesen Reaper, den will ich nochmal wegballern, Digga. Der wird so wegsalzen. Oh ja, es wird so schön. Oh! Oh, warte, da muss ich gleich was schreiben, ey. Mmh. Mmh. Oh. Oh, geil, ey. Ich, ich liebe es, wenn andere salzen. Mmh. Mmh. Was on the phone with someone, lol? Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Hahaha. So ein Klacko, ey. Oh, Orange. Oh, Mann. Hahaha. Oh, Mann. Wo bleibt Deko, Mann? Ey, so ein Klacko. Oh ja, es ist blau. Ich muss ihn retten. Oh, mein Gott. Deko, Deko, Deko. Nein. Oh, Deko. Ich kick Deko jetzt mal auf grün und hoffe, dass es als nächstes grün ist. Bitte. Oh. Oh, Deko. Ich hab dich gerade gerettet. Ich hab dich gerettet. Oh, yeah. Ich hab dich gerettet. Hi, Deko. Komm. Hallo. Ja, weil nicht. Ey, mieser Profi, Junge. Ich lebe noch. Uff. Oh, fuck. Hilf bloß bei dir. Ja, tschau, Hiddo. Hahaha. Hallo. Unser Ziel ist jetzt nochmal diesen Reaper wegzuballern. Lebt der noch? Ja. Dann hab ich ihn dreimal dann weggeballert. Das ist mein Ziel. Da ist er. Ich brimte jetzt. Reaper. Ich bin grau da hinten oder was? Oh. Nein. Nein, nein. Okay. Meine Brille ist runtergefallen, deswegen konnte ich gerade nichts sehen. Was? Ich bin weg? Hau dir weg, den Lappen. Oh. Geil. Ciao. Fliegen Sie. Oh mein Gott. Finale. Okay, ich geb dir genau Bescheid, wo er ist. Er ist hinter dir. Er ist gerade hinter dir. Genau, fahr langsam. Er darf dich nicht wegballern. Ich muss ihn wegballern. Hinter dir, hinter dir. Ja. Digga, ich dachtest schon wieder, ich baller mit dem Speed gegen ihn und erst in so Sekunden ist einfach nichts passiert, ey. Ich habe gewonnen in Kolonisch. Mal wieder auf dem Megas Gameserver unterwegs gewesen. Es hat uns mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ihr habt heute unterirdischen Skill gesehen. Das werdet ihr morgen dann wieder nicht. Dann rasieren wir wieder gegen den Strich. Daumen nach oben ballern. Dankeschön für euren Support. Bis dann reingehauen. Bye, bye. Bis dann.